Sterne, Zauber in der Sternenstadt St. Gallen, Treiben, auf Geschäft, Märkten, Land auf, Land ab, Abendszeit, das ist auch die Zeit, wo man reinhalten kann, wo man reflektieren kann, wo man über das, was war, Gedanken machen kann und sich neugierig stimmen auf die Zukunft. Ich hoffe sehr, dass Sie sich die Momente der Ruhe einmal auf die Seite stehen, zurück schauen, sich reflektieren, auch gehen dürfen, wo Sie aber auch mit Ihrem geschäftlichen und privaten Umfeld die Möglichkeit haben, Wohltuend in Adventstimmung zu geniessen. Sie, geschätzte Mitglieder, geschätzte Partner und Leistungsträger, Sie machen es aus. Sie sind unser Angebot, das von Gästen weltweit oder eben auch aus nächster Nähe in Anspruch genommen wird. Und Sie machen es eben aus, dass unsere Region dadurch erlebbar wird, dass sie eine Attraktion ist, eine Attraktion darstellt. Und diese Mission gemeinsam mit uns zu machen, das macht uns stolz und sehr dankbar. Wir möchten Ihnen dafür Danke sagen. Danke sagen, dass Sie wirklich tagtäglich in diesem Denken unterwegs sind. Für die Region, für die Stadt, für den St. Gallen-Bodensee. Es ist eine schöne Zeit, jetzt die Adventszeit und eben genau die Zeit, die man reinhalten kann. Darum möchte ich Ihnen genau in dieser Zeit alles Gute wünschen für die kommenden Festtage und ein ganz erfolgreiches neues Jahr wünschen. Ja. 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 Ja.